servus meine lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen transfer update video und mittlerweile frage ich mich wirklich was machen eigentlich reuter und co warum ich das sage erfahrt ihr jetzt im video ja wir hatten ja noch einige namen die auch bei uns im spielgerüchte video aufgetaucht sind und einige davon haben heute abgesagt wie viele wissen oder alle wissen sollten haben wir nur noch bis zum 31 also bis morgen 0 uhr zeit transfers zu tätigen ich meine dass es bis 0 uhr geht wenn es so nicht ist oder paar stunden vorbei ist könnt ihr mir gerne bescheid sagen jetzt passt auf die lage ist knapp wir brauchen eigentlich einen stürmer ein kreativspieler ein verteidiger und an rechten schienenspieler rechte schiene holen wir so oder so nicht bricht stürmer kreativspieler update christian kwame christian kwame hat laut sky italia abgesagt er war ja auch bei westbromwich und bei uns im gespräch die florentina möchte ihn behalten ist von seiner lei vom letzten jahr doch bisserl beeindruckt gewesen der war ein anderlecht verliehen hat dort in 36 spielen über zehn tore gemacht und ordentlich als assist noch vorbereitet wäre definitiv eine verstärkung und ein wunschspiel aber da habe ich mir gleich gedacht auf fiorentina und augsburg schwierig ihn wahrscheinlich zu überzeugen hierher zu kommen naja angebot wurde scheinbar abgegeben das ist auch hier immer noch der stand von sky italia plettenberg hat es zwar dementiert aber wir kriegen ihn nicht er wird bei der fiorentina bleiben ein wunschspieler weniger der nicht kommt no deal okay dann unser nächstes video war er ricardo pfeiffer und dorf pick zu dorf pick kann ich euch gleich mal sagen da haben wir aktuell keinen neuen stand da weiß man noch nichts kann gut sein dass sich da noch was entwickelt oder ein spieler kommt den wir überhaupt nicht auf dem radar haben das ist irgendwo meine hoffnung wenn der keinen holt dann dann sind viele fans wirklich glaube ich sehr sehr sauer ja pfeiffer war im gespräch weil wir hinten ist das verletzungsbecher mit oxford und udo kai pfeiffer würde uns verstärken vor allem durch seine spieleröffnung und übersicht mit ball er würde in der dreieck hätte auf jeden fall sehr viel weiterhelfen da hat darmstadt abgesagt ich zitiere angesichts der jüngsten medien über ein interesse des fc aufwuchs an infanter der patrick pfeiffer hat der sv darmstadt darmstadt nochmals beträchtigt dass er nicht bereit sein den spieler ziehen zu lassen auch im umfeld pfeifers geht man derzeit nicht davon aus dass bis transferschluss am donnerstag noch etwas passiert der verein bleibe bei seiner haltung und man akzeptiere das erklärt erklärte sein berater sein vertrag läuft sie so ende aus spricht darmstadt hat natürlich auch ambitionen eventuell um den aufstieg mit zu spielen einer pfeiffer ist meine ich so ziemlich der stärkste verteidiger bei ihnen und sie würden es riskieren im nächsten jahr ablöse frei gehen zu lassen sprich wir kriegen in stand jetzt nicht außer wir werden ein richtig gutes angebot hinlegen noch in den nächsten zwei tagen was momentan wohl eher unwahrscheinlich ist weil wir sogar bei okugawa und co zögern sprich laut medienberichten und laut darmstadt selber haben wir hier ebenfalls ein no deal bei doffbeck kann man momentan noch keine tendenz entkennen weder ein nein noch ein ja es wurde nicht gefunden wo der verein sich zu diesem thema äußert oder der abgebende verein ja und nun zum absoluten wunschspieler des fc augsburg er besitzt tatsächlich eine ausstiegsklausel laut transfermarkt und mehreren liga insider und fünf millionen also das ist relativ sicher mit dem abstieg hat diese klausel wirkung wenn sie nicht abgestiegen wäre scheinbar nicht so gewesen man können den für fünf millionen kriegen entweder pokert der fca richtig extrem auf den letzten tag aber wieso sollte bielefeld den wohl stärksten spieler des caras abgehen muss bei ihnen selber momentan bis um die existenz geht und nur eine laie mit kaufpflicht an dem die bräuchten ja das geld wenn dann jetzt um sich dann eventuell der winterpause also noch zu verstärken oder schon mal zu planen naja hier will der fca scheinbar nicht die fünf millionen zahlen stand jetzt zumindest ich hoffe sie tun es das ist der absolut der wunschspieler bei allen umfragen wo wir gemacht haben von der fans und er würde uns helfen und der fca pokert hier scheinbar wirklich auf eine laie mit kaufpflicht dass man das geld eben später weiß eventuell kann man hier eine anzahlung von drei millionen machen zwei minuten später zahlen vielleicht wird sowas noch entstehen hoffe wirklich dass sie bei okugawa gas geben den müssen wir ohne mit denen ich holen dann verstehe ich eigentlich die welt nicht mehr man könnte ja bestimmt noch irgendeine lösung finden man muss halt für gute spieler dann irgendwo auch zahlen bewertung dieses transfers bei mir auch mittel es ist noch was drinnen noch nicht ganz ausgeschlossen aber ich würde es nicht verstehen wenn wir nicht holen und da nicht wirklich mal ein bisschen was riskieren brauchen da vorne gehen auf diese portion so ein spieler und wenn man ihn jetzt nicht holt man wartet bis zur winterpause und dann sagt man holen wir ihn halt dann ja was sagt denn das okugawa dann überhaupt nach augsburg noch kommt vielleicht schlägt ein anderer klub zu er ist ein guter spieler es kommt momentan laufenden band und die aufstiegsklausel gilt nun mal für eine alle vereine dieser welt ähnlich bei den storen könnte man sich hier verzocken der ist jetzt bei freiburg gelandet und einen guten spieler nicht bekommen finn damen ist derweil von tisch ich finde eh auf der torhüterposition haben wir stand jetzt den wenigsten bedarf das kann thema werden er ist ja auch ablösefrei dann nächstes ist es so oder die nächsten winterpause und so wird man dann quatschen stand jetzt kommt er nicht finde ich aber wie gesagt überhaupt nicht schlimm da geht hier jetzt überragend hält ansonsten hat herr reuter zumindest bei felix götze nach essen berlin zwei jahre wenn sie absteigen kriegen wir ihn zurück und ja zumindest spart man sich hier mal gehalt der kater muss man auszündeln eben auch wegen den gehältern um ein bisschen luft zu haben da wurde auch viel zeit schon versäumt hätte man viel viel früher anfangen müssen jetzt hat herr reuter noch zwei tage zeit deswegen frage ich sie herr reuter was wollen sie für uns fans wenn sie keinen hohen enorme unruhe wir sind sehr unzufrieden zweitens hatte zeit man versteht ja der markt ist schwierig aber jetzt zwei tage vor schluss bei den leistungen wo ich nach vorne gezeigt habe noch zu zocken ich hoffe einfach dass das für uns gut geht und für den verein ansonsten werden wir dieses eine ganz schön schwierige saison habe ich so ein bauchgefühl ich hoffe ich täusche mich da und die fans täuschen sich weil ich glaube viele sind ja meiner meinung also gas geben bitte holt uns den okugawa oder wenigstens noch ein zwei spieler wo wir sagen die helfen uns auch und nicht irgendwas noch ablösefrei in der breite wir brauchen auf jeden fall noch transfer in diesem sinne danke dass das video angeschaut hat wenn ihr meiner meinung seid bewertet dass ihr mit einem daumen nach oben und schreibt in die kommentare was über das ganze denkt was hier gerade passiert ist sind wie gesagt wir haben noch bis morgen nach zeit im transfer zu tätigen ist das wirklich ein spiel mit dem feuer wieder geht das gut ich hoffe einfach mal noch sind wir noch ist nicht aller tage abend wir haben noch nicht verloren wir werden sehen was passiert war dennis und ciao